Ich verstehe nicht, wie man so etwas rausbringen kann. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Es ist für mich persönlich lange her, dass ich gedreht habe, fast schon eine Woche. Ich war ja ein bisschen unterwegs, aber das hat mich nicht daran gehindert, meine Wut zu sammeln. Ich habe ein paar Produkte dabei, die ich euch gerne mit auf den Weg geben würde, die ich euch nicht empfehlen kann. Wir haben fast nur Drogerie-Produkte, bis auf ein Produkt, da müssen wir drüber reden. Das macht mich wütend. Ich verstehe es nicht. Let's go. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle eine wunderschöne Woche gehabt, je nachdem, wann ihr das Video seht. Als nicht hoffe ich, dass ich mit diesem Video ein bisschen für Aufmunterung sorgen kann. Wir verlieren auch gar nicht so viel Zeit. Wir hüpfen direkt rein, weil hier sind einige Produkte drin. Ne, also da kräuseln sich bei mir die Nackenhaare hoch. Ich weiß nicht, wie man das sagt. Ihr wisst, was ich meine. Los geht's. Nummer 1 ist nicht Drogerie, es ist Action. Ich zähle Action jetzt einfach mit in die Drogerie, so oft wie ich mittlerweile da bin. Da haben wir das hier, der Air Freshener. Waterly und WTW. Ich liebe WTW, aber dieses Ding, der drocht nach Bahnhofstoilette. Ne, das sprühst du so in den Raum, dass es ein bisschen frischer riecht. Vorrangig im Bad. Ja, ja, du kannst das natürlich auch im Bad sprühen, aber dann riecht es bei dir im Bad. Genau so wie auf so einer frisch geputzten Bahnhofstoilette. Und die riecht ja nie frisch geputzt. Die wird einfach nur überdeckt mit Wasserlilie oder so. Ganz, 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 ganz schrecklich. So schlimm, dass ich es wirklich auch weggekippt habe. Weil ich konnte den Geruch nicht. Ich habe auch nicht verstanden, warum ich das nicht im Laden gerochen habe. Ich glaube, es lag daran, weil jemand hinter mir stand und ich dann nicht da riechen wollte. Ja, nee, würde ich nicht nehmen, aber es gibt auch welche, die riechen nach Einhörnern. Es gibt auch welche, die riechen nach Wolken, nach Zuckerwatte. Da weiß ich zumindest, wie es riecht. Aber bei Einhörnern und Wolken, da ist dann meine Fantasie dann auch schon wirklich begrenzt. Würde ich nicht kaufen. Es gibt von, ah, habe ich jetzt gerade nicht hier. Aber hier, diese Haar Parfums von DZL. Gibt es ja jetzt auch ein neues, seht ihr in einem anderen Video. Die riechen toll, die riechen auch nicht so billig. Also das riecht halt wirklich einfach billig. Das riecht sehr, sehr hochwertig. Das neue ist noch krasser. Würde ich nicht mehr kaufen, wenn ihr wirklich einen Raumerfrischer haben wollt. Kauft euch so ein günstiges, wirklich günstiges Haar Parfum. Die sind natürlich auch von der Intensität des Duftes deutlich intensiver. Hier würde ich sagen, lieber die Finger weg. Ein Produkt, was ich gar nicht erst aufgebraucht habe, ein paar Mal habe ich es benutzt. Das ist der Sonnenschutzspray von Balea. Schützt vor Sonnenstrahlen, Chlor und Salzwasser. Zwei Gründe, warum ich es nicht benutzt habe. Erstmal weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal in Chlor oder in Salzwasser war. Und zweitens hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Haare danach so ein bisschen fettig waren. Also ähnlich wie, wenn du eine schmierige Sonnencreme benutzt, die du auf deinen Körper gibst. So hier, so wie dieser Stick von B-Routine. So ein schmieriges Gefühl. Das ist auf dem Körper, ist das okay. Es sieht dann halt glowy aus. Auf den Haaren sieht es einfach ungepflegt aus. Der Duft allerdings war gut. Es roch tatsache auch so ein bisschen nach Sonnencreme. Ganz leicht vielleicht ein bisschen nach Pfirsich. Monoi-Öl war mit drin. Keratin ist mit drin. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt das, wo ich sage, boah, nice, das brauche ich. Vielleicht habt ihr aber mit diesem Produkt Erfahrung gemacht. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Weil nur weil mir etwas nicht gefällt, heißt das ja nicht, dass es euch auch nicht gefallen darf. Oder ganz im Gegenteil, dass ihr vielleicht eine bessere Erfahrung damit gemacht habt. Und vielleicht hilft eure Review in den Kommentaren wirklich da nochmal ein bisschen genauer drauf zu schauen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr euch auch unter dem Video ein bisschen austauscht. Wir haben ein Produkt, was in irgendeiner Box mit drin war. Ich weiß leider nicht mehr in welcher. Das ist von Style Dry. Scalp Mask Pineapple & Coconut. Ein wunderwundervoller Geruch. Ganz toll, so ein bisschen frisch. Aber das verstehe ich nicht. Vielleicht könnt ihr mir da sagen, was das ist. Es ist in diesen Haarmasken, egal in welchen Haarmasken, sei es die von Herbal Essences oder von Balea oder von Whey. Egal was, es ist eine Note da drin. Und ich weiß nicht, welche das ist. Die riecht so ein bisschen nach Ammoniak. So wie Haarfarbe. Aber Ammoniak ist ja hier nicht mit drin. Ich habe ein Problem damit gehabt. Und das ist das hier. Das ist passiert. Ich habe es aufgetragen und ich habe so eine krasse Reaktion von meiner Kopfhaut bekommen und von meiner Gesichtshaut dann auch. Ich vermute, dass es das Menthol da mit drin ist. Ich kann es natürlich jetzt nicht genauer differenzieren. Ich hatte da nur eine Reaktion, weswegen ich es dann auch wirklich nicht mehr benutzt habe. Ansonsten vom Feeling muss ich dazu sagen, das ist ein bisschen schwierig. Die Haare danach haben sich aber sehr, sehr gut angefühlt. Nur halt, ich habe es einfach nicht vertragen. Kann ja auch immer mal passieren. Etwas, was ich jetzt dann leer gemacht habe, aber mir wirklich auch nicht mehr nachkaufe. Es hat mich wirklich ein bisschen wütend gemacht. Was heißt wütend gemacht? Wütend ist ein bisschen übertrieben vielleicht, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Isana hat ja diese Wirkstoffreihe rausgebracht. Unter anderem auch den AHA Reinigungsschaum. Es gibt das ja auch als Gel und das lebe ich. Dieses Schaumding hat mich aber so ein bisschen an meine präpubertäre Zeit erinnert. An so einen Reinigungsschaum von Klerasil. Das Problem bei diesen aufschäumenden Pumpköpfen ist meiner Meinung nach, dass sie den Schaum zu fluffig machen. Und wenn du dich reinigst abends, dann musst du ja irgendwie so ein bisschen Widerstand haben. Und weil der Schaum ist so fein, dass du... Also, der... Warte mal. Kommt noch was raus? Ja. So. Der ist ja sehr fein. Und sobald du ihn drückst, ist der Schaum dann weg und dann ist es einfach nur noch Wasser. Und das ist so ein bisschen schwierig, dann damit sich richtig sauber zu machen. Weil es war ja schon aufgeschäumt und das schäumt nicht erst auf bei Kontakt mit der Haut. Sondern dann ist es eigentlich nur wie so ein Toner. Und ich habe danach nie das Gefühl gehabt, dass mein Gesicht sauber ist. Für das es nicht so ein richtig schön sauberes Ergebnis hinterlassen hat, dachte ich mir dann einfach, okay, das ist es meiner Meinung nach nicht wert. Das nächste Produkt wird einige von euch mit Sicherheit stark überraschen. Meine Aussage beruht jetzt auf einer persönlichen Einschätzung, die ich nicht belegen kann. Das ist das hier, das Geek & Gorgeous Liquid Hydration. Das ist ja ein Teil von dem Liquid Hydration Drama. 5% Panthenol, NMF Toner, Hydrate & Soothe. Ich mag die Applikation sehr gerne, dieses Sprayen. Ich liebe Sprays. Ich bin eigentlich mittlerweile, hat sich viel meiner Skincare-Routine in Sprays verwandelt. Ich habe das Misthelf, ich habe hier das La Roche-Posay-Wasser. Ich finde, diese Sprays sind eigentlich immer sehr gut, um zwischendrin mal schnell, ich bin halt so eine Wuselmaus. Wenn ich mich abends geduscht habe, dann fange ich mit meiner Skincare-Routine an. Dann starte ich erst mit dem Toner. Während der Toner einzieht, mache ich schon mal ein bisschen Deo rauf. Dann föhne ich mich so ein bisschen, dann mache ich alles ein bisschen trocken, dann kommt das nächste Spray. Und so kann alles immer schön einziehen. Und durch die Sprays habe ich das Gefühl, dass meine Hände dann einfach auch ein bisschen, ne, die können auch mal kurz, weiß ich nicht, den Spiegel abwischen oder so. Ohne, dass ich dann alles voll mit Liquid Hydration an der Duschwand habe. Ich habe Pickel davon bekommen. Und ich habe wirklich so ein Ausschlussverfahren gemacht dann irgendwann. Und ich habe von dem Pickel bekommen. Und ich kann euch nicht sagen, was es war. Weil hier nichts wirklich drin war, wo ich sage, das hat jetzt meine Haut so ein bisschen reizen können. Hier ist ja nicht mehr Parfum mit drin. Ich kann mir vorstellen, dass es, ne, kann ich mir nicht, vielleicht das Hydrolysierte Reisprotein, weil das so ein Wirkstoff ist, den ich nie irgendwo sonst anders mit drin habe, hat mir, mir persönlich hat es nicht funktioniert. Da würde ich dann beim klassischen Liquid Hydrator bleiben oder einfach bei dem von Isana, der ist nämlich noch ein bisschen günstiger. Ja, das hat mir ein bisschen leid, weil ich die Geek & Gottes Reihe unglaublich gut finde. Gerade das Retinal ist das, glaube ich. Das Hyaluron-Säure-Serum, der Reiniger ist sehr, 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 sehr gut. Gut, aber das war jetzt einfach für mich so ein bisschen, ja. Soll ich nochmal kurz wütend werden? Ich habe noch zwei wütende Produkte. Was heißt wütend? Ihr kennt mich. Ich übertreibe ein bisschen. Ich bin ein bisschen temperamentvoll. Nummer eins ist das hier. Wonder Lips Ampulle von BeRoutine. Acht-Fach-Hyaluron. Intensive Hydration and Ultra Glow. Das ist eine Ampulle gewesen, die die Haut so ein bisschen, also ich finde es so ein bisschen schwierig, so eine Lippenampulle. Weil ich habe schon Lippe, aber in so einer Ampulle sind ein Milliliter mit drin. Das ist ganz schön viel für eine Lippe. Und ich habe es auch in zwei Tagen aufbrauchen können. Aber ganz ehrlich, ganz ehrlich, nehmt euch einfach ein Hyaluron-Säure-Serum, was ihr eh schon zu Hause habt. Macht das auf die Lippen, was ich auch sehr, sehr gerne gemacht habe. Aber ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Hier dieses Visomax-Augenspray. Einfach auf die Lippen. Es schmeckt halt scheußlich, schmeckt wirklich scheußlich. Aber ihr habt hier halt auch Panthenol mit drin, ne? Das beruhigt so ein bisschen. Die Feuchtigkeit ist gut für die Lippen. Und dann einfach ein Hyaluron-Säure-Serum. Ist günstiger. Ich glaube, es hat 1,29, 1,99 gekostet. Mmh, nee. Also verstehe ich halt auch einfach nicht so eine Lippenampulle. Also, das ist halt das Problem mit Verpackungen, ne? Oh, jetzt wird es wieder. Verpackungen suggerieren uns etwas Besonderes. Dr. Barber Ampullen geben uns das Gefühl, das ist hochwertig. Das ist konzentriert. Da ist nur Wirkstoff drin. Guess what? Das ist einfach nur die Verpackung in einer anderen Ampulle, die natürlich auch preisintensiver in der Produktion ist. Aber am Ende des Tages kannst du auch die Wirkstoffe, die Wirkstoffkonzentration in so einer Ampulle, kannst du auch in eine Drop-Pipette machen. Das ist kein Problem. Das war mir jetzt einfach nichts. Und das nächste Produkt. Und das ist, das habe ich nicht verstanden. Und ich bin ja, ihr merkt es, ich bin so ein bisschen auf Kriegsfuß mit Benefit im Moment. Weil ich einfach, ich wünsche mir, dass da was passiert. Dass das ein bisschen, oh, ein bisschen schöner wird. Und dann kam die vor einer Weile mit diesem HUBBA-Brow raus. Das ist ein Augenbraun-Serum. Erstmal das Füßchen. Das ist, fand ich, schon fast körperverletzend. Ich glaube, ihr könnt es nicht erkennen. Ich gucke mal, warte mal. Seht ihr das? Das hat so Fusseln mit drin. Aber das ist kein Pinsel. Also das ist hartes Plastik. Und dann sind hier oben so Borsten mit dran. Ihr habt wahrscheinlich gar nichts gesehen. Aber wenn du das aufgetragen hast, mir hat das wirklich wehgetan, das aufzutragen. Weil die Borsten halt hier nicht weich sind wie so ein Pinsel. Sondern die sind echt recht hart. Und, und das fand ich wirklich extrem unterhaltsam. Die Bilder, mit denen sie geworben haben, die waren super realistisch. Weil du hast wirklich fast gar nichts gesehen. Das war für mich dann nicht so ein Zeichen, wo ich sage, oh, Mensch, toll. Das einzige, den einzigen Unterschied, den ich auch auf den Werbebildern gesehen habe, war irgendwie, dass sie einfach ein bisschen dunkler aussahen, die Augenbraun. Ich habe gerade nochmal, wir hatten ja neulich über Minoxidil gesprochen. Und das ist ja etwas, um die Haare so ein bisschen wieder zum Leben zu erwecken. Und ich hatte mit einer ganz lieben Maus aus der Community über Minoxidil gesprochen. Und sie hat mir nochmal ein paar Tipps gegeben, wie ich es besser benutzen kann. Und ich mache das jetzt seit Anfang März. Und ihr werdet es mir nicht glauben. Aber, sie sind noch nicht sichtbar. Aber ich habe so viele, so viele winzig kleine neue Härchen bekommen. Hier vor allen Dingen. Richtig krass. Und ich trage mir das im Moment auch auf die Augenbrauen auf. Und ich meine, es dauert ein bisschen, bis die Wirkung richtig kommt, dass das gut ist. Das funktioniert natürlich nicht auf den Wimpern. Da würde ich es auch nicht machen. Aber auf den Augenbrauen funktioniert es bei mir, glaube ich, ganz gut. Und im Moment auch am Haaransatz. Und ich kriege nicht, dass mein Kopf so die ganze Zeit juckt. Und das war so ein Produkt, wo ich gedacht habe, nee, warum? Also, habe ich ganz vergessen. Wisst ihr, was das Ding kostet? Ich sage es euch. In meinem Kopf habe ich eine Zahl gerade. 65 Euro. 60 Euro. 6, 5 Euro. Wisst ihr, wie viel verdammt viel Geld das ist? Und dann gucke ich mir jetzt nochmal dieses Bild an. Hä? Benefit ist eine High-End-Marke. Aber für 65 Euro, für 65 Euro kriege ich einen Flug nach Istanbul mit EasyJet und kann mir neue Augenbrauen implantieren lassen. Also, da hört es dann bei mir aber auch auf. Also, das ist, finde ich, tut mir leid. Das ist 65 Euro für etwas, was... Ich habe es wirklich... Ich glaube, seit Dezember habe ich das benutzt und ich habe gar keinen Unterschied gesehen. Wirklich, dann kauft euch das von Olaplex. Das ist auch teuer, aber da siehst du wenigstens einen Unterschied. Das ist etwas, was ich nicht verstehe. Und wirklich, ihr süßen Mäuse, ah, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig mit Produkten, die wirklich... Wo man das Gefühl hat, man gönnt sich etwas. Ich appelliere immer an euch und dafür funktioniert YouTube halt auch. Schaut euch von Leuten Reviews an. Macht euch schlau, was ihr im Internet hört, was ihr im Internet seht. Denn es ist nicht immer alles gut. Klar, sage ich, dass mein Brot am besten schmeckt, wenn ich Brote backe. Aber vielleicht schmeckt es dir halt nicht. Das waren wirklich so ein paar Produkte, wo ich sage, nee, die würde ich persönlich nicht empfehlen. Aber nochmal, vielleicht habt ihr ja die Erfahrung mit einigen der Produkte gemacht. Dann würde ich mich darüber sehr freuen, wenn ihr ein kleines Feedback da lasst. Für mich geht es jetzt gleich los, denn ich kaufe mir uns heute Eheringe. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Vielleicht habt ihr ja schon das ein oder andere bei Instagram gesehen. Passt auf euch auf. Fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.